Horoskop für heute, Zwillinge, 15. Oktober 2024 Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Die heutigen Einflüsse könnten Sie entmutigen, bevor Sie sie zu positiven Veränderungen motivieren. Schwerende Vertrauensprobleme und Machtdynamiken können jetzt auftauchen und angestaute Frustrationen scheinen sich zu entladen. Angesichts der aktuellen Bedingungen ist es besser, einen gemäßigten, geduldigen Ansatz zu wählen. Es ist auch am besten, zu vermeiden, dass ein Gefühl der Entmutigung Sie davon abhält, Ihre Ziele zu verfolgen. Im Laufe des Tages öffnet Sie ein Sonne-Jupiter-Transit und hilft Ihnen, die Vorteile aktueller Projekte zu erkennen, was Ihre Aussichten verbessert. Es könnte eine romantische Anziehungskraft geben, die Sie motiviert. Sie sind daran interessiert, Ihre kreativen Bestrebungen und Verbindungen zu erweitern und zu verbessern, denn gleich zu bleiben, ist nicht verlockend. Ihr Bestes Selbst kommt in dem zum Vorschein, was Sie tun, und der Tag hat das Potenzial, Sie zu stärken. Vielleicht unterrichten Sie jetzt in irgendeiner Form oder lernen etwas Neues und anderes, das inspirierend ist. Ein neuer Kanal zur Selbstdarstellung könnte entstehen und eine Welle der Begeisterung erhält Ihren Tag und Ihre Vision der Zukunft. Einer der magischsten und glückverheißensten Tage des ganzen Jahres ist für Sie angebrochen. Sie könnten plötzlich das Gefühl haben, dass all der Ruhm, alle Segnungen und Geschenke des Himmels hier für Sie bereit liegen, mit einer Schleife und Ihrem Namen darauf. Das liegt daran, dass die mächtige Sonne, die jetzt Ihr Solarhaus der wahren Liebe, Romantik und Leidenschaft bereist, Ihre Hand dem majestätischen Jupiter entgegenstreckt, der sich jetzt in Ihrem Sternzeichen und dem Solarhaus der Identität befindet. Planen Sie etwas Unvergessliches in der Liebe. Geben Sie ein Versprechen. Wenn Sie Single sind, könnten Sie Ihren Seelenverwandten treffen, in denen Sie sich tief verlieben und von der Romantik mitgerissen werden. Erwarten Sie geheime Gespräche bei der Arbeit. Es könnte sich anfühlen, als ob jeder Geheimnisse hätte, sobald Merkur in den Skorpion eintritt. Sie könnten zu Beginn dieses Merkur-Transits sofort eine privatere Stimmung wahrnehmen. Kollegen könnten still werden, wenn sie oder jemand anderes den Raum betritt. Jeder könnte auch anfangen, sich gegenseitig zu bitten, diskret zu sein. Es könnte in Ihrem besten Interesse sein, nachzudenken, bevor Sie sprechen, da an Ihrem Arbeitsplatz eine hinterhältige, verschlossene Energie herrscht. Teilen Sie nichts mit, von dem Sie nicht möchten, dass es jeder weiß. Die Bewegung der Planeten bringt jeden ein wenig aus dem Gleichgewicht und für Sie bedeutet dies normalerweise, dass Sie zu einem Verhalten zurückkehren, das Ihnen persönlich nicht gerade zugute kommt. Das heißt, während Sie versuchen, das Richtige zu tun, sehen Sie möglicherweise den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wenn Sie jeden einzelnen Versuch bemerken, bedeutet dies, dass Sie Ihren Tag damit verbringen, etwas zu tun, das Ihrem Körper gut tut, viel Wasser trinken, reichlich frische Produkte und eine abwechslungsreiche Ernährung mit wechselnden Proteinquellen, Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchte. In Ihrem Leben tut sich einiges, Sie fliegen praktisch. Heute werden die Schwingungen Sie auffordern, das Tempo zu erhöhen und auf den Zug der Möglichkeiten aufzuspringen. Legen Sie los, wünschen Sie sich Veränderung und versuchen Sie, sich weiterzuentwickeln. Dies wird in Ihrem sozialen Leben entscheidend sein. In den kommenden Tagen werden Sie alles haben, was Sie brauchen, um erfolgreich zu sein, aber im Moment müssen Sie Geduld haben. Außerdem werden Sie Ihre Ziele nur in dem Maße erreichen, indem Sie die Dinge in Ihrem Kopf ordnen. Also, machen Sie sich an die Arbeit. Es ist immer von Vorteil, wenn sich der Mond am Wochenende in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops befindet, insbesondere wenn dies mit der Sonne in einem spielerischen und kreativen Bereich zusammenfällt. Die Erwartung Ihres Zusammentreffens als Vollmond nächste Woche und die Erkenntnis, dass das Leben in den letzten Monaten des Jahres immer hektischer wird, unterstreicht die Bedeutung, sich an diesem Wochenende auf die spielerischen, kreativen und abenteuerlichen Aspekte des Lebens zu konzentrieren. Mit der Harmonie zwischen Sonne, Mond und Jupiter ist es heute eine ausgezeichnete Gelegenheit, das Leben anzunehmen und jeden Moment zu genießen. Der einzige Besuch des Mondes in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops, während die Sonne in Ihrem romantischen Sektor steht, sorgt nicht nur für Harmonie, sondern bringt am Wochenende auch den Geist von Romantik und Abenteuer zusammen. Da Merkur morgen ihren romantischen Sektor verlässt, werden die letzten Stunden seiner Mission, Ihrem Herzen eine Stimme zu geben und Herz und Verstand auf eine Linie zu bringen, viel einfacher. Täglicher Planetenüberblick Heute früh könnten Sie sich in einem tiefgründigen und zum Nachdenken anregenden Gespräch wiederfinden, da Merkur in der Waage im Quadrat zu Pluto im Steinbock steht. Gespräche in dieser Zeit werden wahrscheinlich viel tiefer gehen als erwartet und Bedeutungsebenen oder verborgene Wahrheiten ans Licht bringen, die Sie überraschen könnten. Waren Sie schon einmal in einer dieser Situationen, in denen ein lockeres Gespräch zu etwas Intensiverem wird und Dinge enthüllt, mit denen Sie nicht gerechnet haben? Diese Art von Energie könnten Sie heute erleben. Diese Gespräche können zu Durchbrüchen führen, aber sie können auch herausfordernde Emotionen oder Themen zur Sprache bringen. Eine wichtige Sache, die Sie heute im Hinterkopf behalten sollten, ist, auf Ihrem Körper zu hören. Wenn diese kosmische Energie um Sie herumwirbelt, spüren Sie möglicherweise ein Gefühl der Frustration oder Anspannung, das sich in Ihnen aufbaut. Haben Sie bemerkt, dass Ihr Körper bei Stress oft subtile Signale sendet, sei es ein Verspannen in den Schultern oder ein unangenehmes Gefühl im Magen? Heute ist es wichtig, auf diese Signale zu achten und auf sich selbst aufzupassen. Ob das bedeutet, eine Pause einzulegen, spazieren zu gehen oder einfach tief durchzuatmen, um sich zu entspannen, kleine Akte der Selbstfürsorge können einen großen Unterschied machen, um Ihr Gleichgewicht zu halten. Dies bringt uns zu einem weiteren wichtigen Punkt, Missverständnisse. Unter diesen kosmischen Einflüssen besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, missverstanden zu werden oder die Aussagen anderer falsch zu interpretieren. Hatten Sie schon einmal ein Gespräch, bei dem Sie und die andere Person auf völlig unterschiedlichen Wellenlängen zu liegen schienen, obwohl Sie beide versuchten, klar zu kommunizieren? Heute könnte das leichter passieren als sonst, also seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie wichtige Angelegenheiten besprechen. Wenn möglich, wäre es vielleicht ratsam, wichtige Aufgaben oder Besprechungen auf einen anderen Tag zu verschieben, insbesondere wenn die Emotionen hochkochen. Während Ihr üblicher direkter Ansatz in anderen Situationen gut funktionieren könnte, könnte er heute zu unerwarteten Komplikationen oder Konflikten führen. Bleiben Sie also aufmerksam und wählen Sie Ihre Schlachten mit Bedacht, insbesondere mit Ihren Lieben. Wenn diese transformative Energie greift, werden Sie einen deutlichen Anstieg Ihrer Begeisterung und Vitalität bemerken. Es ist, als ob das Universum Ihnen ein kosmisches grünes Licht sendet, damit Sie Ihre Ziele mit voller Kraft verfolgen können. In Ihrem Berufsleben werden Dinge, die einst entmutigend oder unerreichbar schienen, allmählich Ihren Platz finden. Aufgaben, die gefühlt ewig über Ihrem Kopf schwebten, werden mit Leichtigkeit bewältigt und alle neuen Projekte, die Sie in Angriff nehmen, werden wahrscheinlich von Erfolg gekrönt sein. Ihr Selbstvertrauen ist im Moment magnetisch und diese Energie wird die Menschen auf natürliche Weise zu Ihnen, Ihren Ideen, Ihrer Leidenschaft und Ihrer Vision hinziehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.